Du bist dran. Ich bin wach. Oh nein. Also, was bin ich heute Nacht? Eine Einbrecherin? Oh, hallo. Na, wo war das? Erzähl mir von deinen Frauen, bitte. Ich treffe mich mit einer Reihe von netten Ladies. Das hier ist Brenda. Sie wird's in der Missionarstellung, der Schubkörrenstellung, arabische Brille, die links gedrehte Reiterstellung, aber ich sag dir, keiner kann so oft. Ich weiß gar nicht, was das alles ist. Du bist verheiratet. Gutes Argument. Wie ist ihr Name? Das ist Tatjana. Wow, wie ist ihr Nachname? Tatjana. Sie ruft mich um drei Uhr morgens an und will gefögelt werden. Wen interessiert der Rest? Ja, verstehe. Du lebst den Traum, Mitch. Kinder zu haben ist, als würde man mit Mini-Junkies zusammenleben. Sie lachen und eine Minute später weinen sie und dann versuchen sie sich ohne ersichtlichen Grund im Badezimmer umzubringen. Sie sind gemein und absolut egoistisch, verdammt teuer und sie machen alles kaputt. Hey, 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 komm schon. Ich will damit nur sagen, ich beneide dich um dein Leben, Mitch. Ich beneide dich um deins. Ich wünschte, ich hätte dein Leben. Mitch, wieso bin ich in deiner Wohnung? Lass die verdammte Tür auf! Ich wusste es. Du hast dir mein Leben gewünscht, als wir in diesem Brunnen gepinkelt haben. Wir haben uns beide das Leben des anderen gewünscht. Ich bin ein Trottel. Ich bin ein Spießer! Zum ersten Mal in deinem Leben siehst du richtig gut aus. Du bist Single. Was da mit uns passiert ist, ist verrückt, aber es wäre noch verrückter, es nicht auszunutzen. Ich habe die Kapitalkosten angepasst, um die monatlichen Berechnungen zu reflektieren. Ich lege ihnen später alles auf ihren Tisch. Ich werde sie mir vornehmen, wenn sie auf dem Tisch liegen. Das reicht für eine Klage wegen sexueller Belästigung. Ihr beide solltet mal miteinander ausgehen. Du bist doch eher Single, Mitch. Warte, was? Wie ist es mit Dave zu arbeiten? Ehrlich gesagt war ich ganz schön verknallt in Dave. Oh nein, das ist nicht wahr. Aber er ist verheiratet. Selbstverständlich. 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 Extrem verheiratet. Was ist, wenn Jamie heute Nacht mit mir schlafen will? Du wirst nicht mit meiner Frau schlafen, Mitch. Oh mein Gott, gleich geht's los. Ich hoffe, sie mag es bizarr. Ich werde sie so richtig rannehmen. Oh mein Gott. Ich vertrag das thailändische Essen nicht. Oh mein Gott. Eine Frage. Wie lange bist du da unten schon rasiert? So sieht er zweieinhalb Zentimeter länger aus. Nur verheiratete Kerle lassen sich zuwuchern. Ich habe Sommersprossen an meinem Sack. Wie abgefahren ist das denn? Ich habe Sommersprossen. Wie geht's? Wie lange bist du da unten schon rasiert? Wie muss ich damals aus? Ich habe Sommersprossen mitexistiert Bdance, Das ist auchating jetzt mit einer Sommersprossen an 사람이 verschenkt. Wie lange ist das denn? Wie lange ist das denn? Das ist so richtig, was ich an Bang, Brothers Kr Wilder? Ganz vor Ort.